Die Themen heute, Rezeptgebührenbefreiung. Zahlen chronisch Kranke mit geringem Einkommen trotzdem zu viel? Schaden durch E-Scooter. Warum bleiben Geschädigte auf ihren Kosten sitzen? Rätselhaftes Verkehrsschild. Musste es nach Kritik in Bürgeranwalt ausgetauscht werden? Schönen guten Abend bei Bürgeranwalt. Für Menschen, die viele Medikamente brauchen, sind Apothekenbesuche mittlerweile ziemlich teuer. 7,10 Euro beträgt heuer die Rezeptgebühr. Aber es gibt seit 16 Jahren eine Obergrenze für solche Zahlungen. Und die geht so. Wer im laufenden Kalenderjahr bereits 2% seines Jahres Nettoeinkommens für Rezeptgebühren bezahlt hat, der ist danach automatisch für den Rest des Jahres von der Rezeptgebühr befreit. Der Haken dabei ist, Medikamente, die weniger als diese 7,10 Euro kosten oder gleich viel, die werden nicht mit eingerechnet. Und fast die Hälfte der Medikamente, die in Apotheken verkauft werden, kosten weniger als 7,10 Euro. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Besonderheit, die Ihnen meine Kollegin Barbaras Tenten gleich erklären wird. Volksanwalt Bernhard Achitz ist mit dieser Regelung nicht glücklich und würde sich bürgerfreundliche Verbesserungen wünschen. Das wird er uns aber gleich selber genauer erklären. Guten Abend, Herr Volksanwalt. Schönen guten Abend. Davor zeigen wir Ihnen aber, wie immer, anhand eines konkreten Falles, was die Zahlung von Rezeptgebühren für manche chronisch Kranke bedeutet. Das ist der Bedarf an rezeptpflichtigen Medikamenten, die Johann Rameder jeden Monat in der Apotheke holt und dafür auch Rezeptgebühren zahlt. Hier ist Ihre Rechnung. 7,10 Euro ist die neue Rezeptgebühr seit 1. Jänner, gell? Das heißt, dein Gesamtpreis ist jetzt 84,80 Euro. 84,80 Euro. Dankeschön. Gerne, danke. Wiedersehen. 84,80 Euro, bei denen der Pensionist davon ausgeht, dass sie automatisch auf die Rezeptgebühren-Obergrenze von 2% seiner jährlichen Pension angerechnet werden. Doch der Schein trügt. Das macht der anschließende Blick auf das Online-Konto bei der Sozialversicherung klar. Ich habe mir gestern zwölf Medikamente geholt und von den zwölf wurden nur acht gerechnet. Also vier Medikamente, für die ich bezahlt habe, wurden nicht gerechnet. Konkret bedeutet das, 28 Euro wurden zwar bezahlt, aber nicht verbucht. Das fällt allerdings erst auf, wenn man so genau hinschaut wie Herr Rameder. Er fragt nach. Gesundheitsministerium und die Ombudsstelle der ÖGK teilen ihm unisono mit, dass die Berechnungen stimmen. Laut Gesetzeslage sind diese tatsächlich korrekt, bleiben für den Betroffenen dennoch nicht nachvollziehbar. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht. Und es war bis jetzt auch nirgends wirklich einfach ersichtlich, dass man sagt, okay, warum ist das so, konnte mir auch keiner erklären. Also das ist halt so, weil das Medikament unter der Taxierungsgrenze der Gebietskrankenkasse, also der Österreichischen Gesundheitskasse liegt, um es richtig zu titulieren. Und so ist das eigentlich Frechheit meines Erachtens nach. Wann eine Rezeptgebühr anrechenbar ist und wann nicht, ist tatsächlich nur schwer zu verstehen. Das bestätigt auch die Arbeiterkammer. 7,10 Euro seien halt nicht immer gleich 7,10 Euro. Das Problem ist aber, dass da eben immer nur von Rezeptgebühren gesprochen wird. Das heißt, es zählen nicht alle Ausgaben, die ich für die Medikamente habe, dazu, sondern nur die, die eben diese Rezeptgebührenqualifikation erreichen, sage ich mal, weil es eben nicht mal auf die Summe ankommt. Also 2024 ist die Rezeptgebühr 7,10 Euro. Und alles, was mal drunter liegt, wird mal nicht dazu gerechnet in diese Obergrenze. Zusätzlich haben wir aber auch das Problem, dass auch die Apotheken einen Vertrag mit der Kasse haben und hier eingeschränkt sind in der Verrechnungsmöglichkeit. Das heißt, wenn da die Kosten des Medikaments, die verrechnet werden, unter der Rezeptgebührengrenze liegen, dann wird das auch nicht dazu gezählt. Was natürlich für die Patientinnen und Patienten, die in der Apotheke ein Medikament kaufen, was 7,10 Euro jetzt zum Beispiel 2024 kostet, gar nicht mehr nachvollziehbar ist, welches dann dazu zählt und welches nicht. Sie haben es immer noch nicht ganz verstanden? Dann geht es Ihnen vermutlich wie vielen Betroffenen auch. Daher ein Beispiel. Mit Rezept zahlt man für dieses Medikament die Gebühr von 7,10 Euro. Tatsächlich würde es 8,35 Euro kosten. Und jetzt kommt der Spielverderber. Der Rabattpreis für die Krankenkassen. Ist eher niedriger als die Rezeptgebühr, zählt diese nicht für die Obergrenze. In diesem Fall Pech für Herrn Rameda. Denn dieser Verrechnungsmechanismus bedeutet für ihn, dass er bis zu seiner Gebührenbefreiung deutlich mehr zahlen muss, als die Obergrenze von 2 Prozent es suggeriert. Es ist natürlich ein Riesenfaktor in der heutigen Zeit, dass eben das Geld immer weniger wird, immer knapper wird und man dann mit diesem 2-Prozent-Deckel von der Politik eigentlich genebt wird. Was ich am meisten gehört habe in Bezug auf diesen 2-Prozent-Deckel war, da kann man nichts ändern, das ist halt so. Das waren die Aussagen, die ich eigentlich überall gekriegt habe. Es tut wirklich weh. Allein ist er wohl nicht mit diesem Eindruck. Bei der Arbeiterkammer melden sich vermehrt Menschen, die sich wundern, warum ihre Gebührenbefreiung von Jahr zu Jahr später wirksam wird. Ich denke schon, dass relativ viele Leute davon betroffen sind. Allein wenn man sich überlegt, dass 40 Prozent der verschriebene Medikamente unter der Rezeptgebührengrenze kosten, betrifft das natürlich viele Menschen. Besonders die, die viele Medikamente brauchen, chronisch kranke, ältere Personen. Und die wissen es oft nicht, wie sie sagen. Die wenigsten rechnen sich das jetzt selber konkret nach. Und es ist dann eben oft auch gar nicht so leicht nachzuvollziehen, wie das berechnet wird. Und wir haben auch immer wieder Anfragen dazu. Wir hatten auch schon konkrete Fälle. Aber eben aufgrund der Gesetzeslage ist das derzeit, wird es halt so vollzogen. Und da bräuchte es eine gesetzliche Änderung. Doch die ist nicht wirklich in Sicht. Weder die Ombudsstelle der Krankenkasse noch das Sozialministerium stellen Herrn Rameder in Aussicht, dass sich für die Patienten demnächst etwas ändern könnte. Im November des Vorjahres teilt das Sozialministerium Folgendes mit. Das Sozialministerium hat bereits mehrmals vorgeschlagen, dass auch eine Berücksichtigung jener Zahlungen für Medikamente, die nicht als Rezeptgebühr zu betrachten sind, erfolgen sollte, was eine schnellere Erreichung der Rezeptgebühren-Obergrenze zur Folge hätte. Leider konnte zu diesem Thema trotz intensiver Bemühungen unsererseits bislang noch kein politischer Konsens hergestellt werden. Johann Rameder wird somit auch 2024 mehr zahlen müssen als die 2% seiner Jahresnetto-Pension für Rezeptgebühren, auch wenn man sie offiziell einfach nicht Rezeptgebühren nennt. Ja, darüber werden wir jetzt im Studio diskutieren. Der Herr Rameder ist zu uns gekommen, steht an der Seite des Herrn Volksanwaltes. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und auch meine Kollegin Barbara Stenten ist gekommen mit einer schriftlichen Stellungnahme des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger, die sie dann vortragen wird. Herr Volksanwalt, ich würde gern zwei Punkte vertiefen, die für mich erstaunlich waren. 40% der Medikamente, die in Apotheken abgegeben werden, kosten weniger als diese 7,10 Euro und erreichen damit nicht diese Höhe, wo man dann in die Rezeptgebühren-Obergrenze eingerechnet wird? Ja, das ist so, denn wenn Medikamente in großer Anzahl hergestellt und abgegeben werden, dann sinkt der Preis und da fallen halt viele Medikamente hinein. Und Barbara Stenten hat, glaube ich, auch recherchiert, beim Dachverband erreichen dann viele eigentlich diese 2% des Nettoeinkommens, wo dann diese Rezeptgebühren-Befreiung erfolgen würde? Oder erreichen sie sie sehr spät? Es ist jährlich so, dass rund 300.000 Personen diese Obergrenze von 2% des Jahres Nettoeinkommens oder der Pension erreichen. Allerdings erreichen sie das immer später. Es gibt eine Aufstellung, die der Dachverband uns zur Verfügung gestellt hat. Zwei Zahlen daraus. 2020 waren zum Stichtag 30.06. rund 94.463 Personen in der Befreiung. Im Jahr 2023 waren es dann nur noch 67.000. Also im Juni. Und bei Ihnen, das können Sie, glaube ich, auch bestätigen, wird es auch immer später, dass Sie in diese Rezeptgebühren-Befreiung kommen? Ja, so ist es. Ich habe es jetzt die letzten Jahre mitverfolgt und es werden immer mehr Rezepte, die rausfallen. Also es wird immer mehr auch in die Jahre hindurch. 20 hatte ich drei Rezepte, die rausgefallen sind. 23 waren es über 20 Rezepte, die rausgefallen sind. Und es weiß keiner darüber Bescheid. Aber Sie schauen sich das auf Ihrem Rezeptgebührenkonto an? Genau. Das haben Sie mir gezeigt. Mit der Kali-App kann ich mir das anschauen. Da kann ich das auch vergleichen. Und ich habe letztes Jahr dezidiert dann eben mitgeschaut, wie schaut das aus, wenn ich ein Rezept hole. Mit 14 Medikamenten ist das auch auf dem Rezeptgebührenkonto verbucht. Ist es nicht. Ich zahle 7,10. Für mich eine Rezeptgebühr. Ich bringe auch ein Rezept. Und es wird aber nicht verbucht. Also es wird nicht als Rezept angekauft. Und dann gibt es ja eben noch diese Geschichte, die wir im Beitrag gesehen haben, wo ein Medikament 8,35 Euro kosten würde. Rezeptgebühr 7,10 Euro. Krankenkasse kriegt einen Rabatt. Wie geht es dann, dass das nicht dabei ist? Das ist das, was der Herr Rameder geschildert hat. Er hat an sich, wenn er es privat kaufen würde, in der Apotheke den höheren Preis zu zahlen. Da er es am Rezept hat, kriegt er es um die Rezeptgebühr. Der Krankenkasse wird aber ein niedrigerer Preis verrechnet, weil die Großeinkäuferin ist. Und dementsprechend zählt das dann nicht als Rezeptgebühr, was er bezahlt hat, sondern als rabattierter Preis, als Preisnachlass sozusagen. Und das Problem ist, wir reden da von einer Rezeptgebühren-Obergrenze. In Wirklichkeit müsste man eine Medikamentenkosten-Obergrenze einführen und alle Medikamente einrechnen, die vom Arzt verschrieben werden und nicht nur die, wo man Rezeptgebühr bezahlt oder eben diesen rabattierten Preis. Und um das wirklich zu ändern, bräuchte es eine gesetzliche Änderung. Und wir appellieren, das zu tun, denn wenn man will, dass die Ärzte billigere Medikamente, Generika und so verschreiben, dann sollte man nicht die bestrafen, die dann ein Medikament unter der Rezeptgebühren-Obergrenze kaufen, sondern man sollte das eher fördern. Und unter diesem Gesichtspunkt wäre es sinnvoll, eine Medikamentenkosten-Obergrenze einzuführen. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn der Regelung, die man damals getroffen hat. Sinn war ja, dass man Menschen, die nicht besonders viel verdienen, entlastet und sie nicht einen erheblichen Teil ihres Einkommens für Medikamentenkosten aufwenden müssen. Barbara Stenten, was schreibt man uns vom Dachverband der Sozialversicherungsträger, warum man Medikamente, die die Höhe von 7,10 Euro nicht erreichen, nicht für diese Rezeptgebührenbefreiung mit einrechnet? Ja, der Dachverband schreibt uns, die gesetzliche Grundlage bestimmt eine Anrechnung der bezahlten Rezeptgebühren und nicht der Medikamente. Da sind wir genau wieder bei diesem Punkt. Wobei darüber hinaus unter der Rezeptgebühr der Sozialversicherung keine Abrechnungsdaten vorliegen. Also das wird sozusagen gar nicht auf dem Konto verbucht. In Österreich gibt es eine Rezeptgebühren-Obergrenze. Für eine Medikamenten-Obergrenze gibt es keine gesetzliche Grundlage. Also genau das, was der Herr Volksanwalt Achitz gerade erläutert hat. Und dann schreibt man uns, glaube ich, auch, dass man nicht für eine Änderung zuständig ist, sondern wer anderer? Ja, also der Dachverband hält fest, die Frage ist durch das zuständige Ressort zu beantworten, da die Entscheidung einer gesetzlichen Änderung beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz unterliegt und die Sozialversicherung lediglich für die Vollziehung der Gesetze verantwortlich ist. Und das Sozialministerium hat sich zuletzt auch noch gemeldet, teilt diesbezüglich dann mit, eine solche Umstellung würde einen deutlichen Eingriff in die Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger bedeuten und ist aufgrund der damit verbundenen Kosten aktuell nicht geplant. Aber Ihnen hat man ja, glaube ich, geschrieben, dass das Sozialministerium, und das haben wir ja im Beitrag auch zitiert, durchaus dafür wäre, dass man auch Medikamente unter 7,10 Euro berücksichtigt. Genau, ich habe ein Schreiben, ich habe mich natürlich auch ans Ministerium gewendet, ans Sozialministerium. Ich war auch bei der Gebisskranken, also bei der ÖGK, bei der österreichischen Gesundheitskasse. Es wurde mir überall gesagt, dass das praktisch sich aufhebt, also dass das gesetzlich gedeckt ist. Auch der Herr vom Sozialministerium hat man das im Prinzip am Telefon so gesagt. Geschrieben wurde dann mehr oder weniger das, dass das eigentlich geändert werden müsste vom Gesetzgeber. Gut, das Sozialministerium will offenbar eine Änderung in der Richtung, aber dafür muss er eine politische Mehrheit finden. Naja, zuständig für die Änderung ist das Parlament. Das zuständige Ministerium kann natürlich Änderungen vorschlagen. Da dürfte es, wie man aus den Stellungnahmen ersehen kann, offenbar verschiedene Meinungen geben. Klug wäre es allemal, so eine Änderung anzuregen, weil, wie gesagt, man soll keinen Anreiz schaffen, teurere Medikamente zu verschreiben. Man soll eher einen Anreiz schaffen, billigere Medikamente zu verschreiben. Die hoffentlich genauso gut sind wie die teuren. In der Regel ist das so. Also die Medikamente, die als Generika zugelassen sind, sind gleichwertig. Und daher setzt dieses System die falschen Anreize und gehört dringend überdacht. Das werden Sie nämlich an auch schriftlich in Berichten der Volksanwaltschaft an das Parlament mitteilen. Vielleicht jetzt noch eine Frage, die viele beschäftigt, die uns jetzt gerade zuschauen. Muss man als jemand, der in den Genuss dieser Rezeptgebühren-Obergrenze kommen will, irgendetwas tun oder wird das automatisch berücksichtigt? Nein, das funktioniert technisch ganz gut. Die Zahlungen, die tatsächlich berücksichtigt werden, werden automatisch erfasst. Und die Apotheke sieht dann auf der E-Card den Zeitpunkt der Befreiung und verlangt dann keine Rezeptgebühr mehr. Also keine Bringschuld des Patienten oder des Bürgers? Nein, wenn man aber ein Medikament kauft, was unter der Rezeptgebühr liegt, zahlt man dann trotzdem wieder. Gut, dann bedanken wir uns auf jeden Fall einmal, dass Sie uns auf dieses Thema hingewiesen haben. Und warten zu, ob sich da etwas tut, ob es da allenfalls zu einer gesetzlichen Änderung kommt. Wir bleiben an der Sache weiter dran. Dankeschön. Zum nächsten Fall. Im November haben wir über das JEPA-Wirtig aus Wien berichtet. Die beiden haben genau an dem Tag, an dem wir bei ihnen gedreht haben, ihren 55. Hochzeitstag gefeiert. Und dass das Paar wirklich in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhält, das erkennt man unter anderem daran, dass der Herr Wirtig seine mittlerweile an Demenz erkrankte Frau seit ein paar Jahren mit großem Einsatz pflegt. Damit die Krankheit nicht so rasch voranschreitet, hat er für sie eine ambulante Reha beantragt. Und dabei ist er in einen sogenannten negativen Kompetenzkonflikt geraten. Niemand wollte dafür zuständig sein. Man könnte auch weniger gespreizt sagen, der Herr Wirtig ist im Kreis geschickt worden. Sabine Zink fasst den Fall noch einmal zusammen. Und dann werden wir erfahren, ob man dem Ehepaar nach der Kritik des Volksanwaltes helfen hat können. Jetzt machen wir noch ein bisschen Gedächtnisübungen. Wird denn dein Vater geheißen? Franz Sinabel. Und was war er für ein Beruf? Der war... Das ist schrägst nicht. Was war der Zimmermann? Jawohl. Täglich absolviert Herbert Wirtig mit seiner Frau Gisela Gedächtnisübungen. Vor ein paar Jahren wurde bei ihr Demenz diagnostiziert. Es hat schlächend begonnen. Also ich hab's am Anfang nicht bemerkt. Hab glaubt, das ist normal, dass man was vergisst und so weiter. Im AKH wurde das festgestellt, dass es dement ist. Was hat das dann für Sie bedeutet? Sind Sie damit umgegangen, Sie beide? Ja, was soll man machen? Akzeptieren. Weil das ist ja nicht heilbar. Herbert Wirtig tut alles, um seiner Frau zu helfen. Zweimal in der Woche bringt er sie in ein Tageszentrum. Den Rest der Zeit betreut und fördert er sie zu Hause. Während der Corona-Pandemie und nach einer Operation hat sich der Zustand seiner Frau verschlechtert. Eine Ärztin habe ein neuropsychologisches Training empfohlen. Herr Wirtig wollte seiner Frau eine solche oder ähnliche Behandlung ermöglichen. Ich hab mir nur gedacht, das ist es günstig, wenn wir zweimal in der Woche vielleicht eine ambulante Reha machen, die mehrere Stunden dauert, ist für sie praktisch nicht so anstrengend. Ich kann sie hinfahren und bleib bei ihr und dann fahren wir wieder zu Hause. Er habe sich gleich die erforderlichen Unterlagen beschafft und sich hinter den Computer geklemmt, erzählt er uns. Ich habe mir dann den Antrag herausgedruckt und ausgefüllt und habe ihn von der Hausärztin unterschreiben lassen. Und habe den dann Ende November an die BVA geschickt. Einen Antrag auf ambulante Reha? Im Jänner dann, Mitte Jänner, ist eine Absage gekommen. In diesem Schreiben heißt es außerdem, ein neuerlicher Antrag kann frühestens ein Jahr nach Ausstellung dieser Verständigung eingebracht werden. Ein vorzeitig gestellter Antrag hat nur Aussicht auf Bewilligung, wenn sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat. Dann habe ich wieder zurückgeschrieben an die BVA, um eine Verschlechterung zu vermeiden, ersuche ich um nochmal eine Prüfung des Falls. Da hat sich dann niemand mehr gemeldet. Dann habe ich Ende Februar, 23 war das, an die ÖGK geschrieben. Fast mit dem gleichen Text, mit den gleichen Unterlagen und habe wieder ersucht um eine ambulante Behandlung. Da hat sich überhaupt nichts gerührt. Am 06.04. bin ich von der BVA angerufen worden. Die ÖGK hat den Fall abgetreten an die BVA. Da war ich sehr verwundert. Und ich soll nochmal einreichen. Da habe ich das ganze Konvolut nochmal alles kopiert und habe es wieder eingeschickt. Ein paar Tage später oder zwei Wochen später ist wieder die Absage gekommen. Mit demselben Wortlaut wie Ablehnung Nummer 1. Herbert Wirtig lässt aber nicht locker. Ja, ich habe dann noch die Ombudsfrau in der ÖGK angerufen. Die hat mir gesagt, um eine Auskunft zu geben, muss ich schriftlich einreichen. Ja, das habe ich auch wieder gemacht. Und dann ist die Antwort eben gekommen, dass es nur mit einer geht, wenn er zuerst ein stationärer Aufenthalt war. Fuß. Herbert Wirtig fühlte sich von den Institutionen im Kreis geschickt und warnte sich an die Volksanwaltschaft. Im Bürgeranwaltstudio diskutierten Volksanwalt Bernhard Achitz und der Chefarzt der österreichischen Gesundheitskasse Andreas Krauter den Fall. Die Pensionsversicherungsanstalt übermittelte uns eine Stellungnahme, in der es unter anderem hieß, Im vorliegenden Fall wurde die Diagnose Demenz als antragsrelevant bekannt gegeben. Demenzielle Erkrankungen stellen entsprechend den bestehenden Richtlinien der Sozialversicherungsträger eine Kontraindikation für die Durchführung einer rehabilitativen Maßnahme dar. Demzufolge besteht auch seitens der ÖGK keine Möglichkeit einer Bewilligung, sodass im Einvernehmen mit der ÖGK und den bestehenden Richtlinien die Ablehnung des Antrages direkt durch die Pensionsversicherungsanstalt erfolgt ist. Ja, für uns wäre wichtig, dass in allen Fällen, wo solche Anträge gestellt werden, transparent kommuniziert wird und verständlich kommuniziert wird und den Leuten gesagt wird, woran man ist und was man noch tun kann. Denn es gibt tausende Fälle, wo demenzkranke Menschen zu Hause betreut werden. Viele davon brauchen Unterstützung und es sollte nicht passieren, dass man da einen Antrag an die Pensionsversicherung stellt auf Anraten des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin und dieser Antrag dann mit einem Musterbrief abgetan wird. Aber kann man diese Kommunikation verbessern zwischen BVA, zwischen ÖGK? Man muss sie sicherlich verbessern. Nein, auch die Erklärung, warum bestimmte Maßnahmen nicht möglich sind und warum bestimmte Maßnahmen möglich sind, müssen natürlich dem Versicherten viel klarer kommuniziert werden. Und auch hier, ich nehme das mit in die Besprechungen mit den Chefärztinnen von den anderen Sozialversicherungsträgern, dass wir auch hier überlegen, dass es nicht mehr solche Pitfalls gibt. Im Oktober haben Gisela und Herbert Wirtig ihren 55. Hochzeitstag gefeiert. Ja, eine Torte zu unserem Hochzeitstag. Sie wünschen sich, dass sie noch möglichst lange miteinander den Alltag verbringen können. Ich kann den Haushalt schupfen, ich kann sie betreuen und das möchte ich noch bis es nicht mehr mehr geht eigentlich. 55 Jahre, lebe auf den ersten Blick und die besteht immer noch. Hat das Paar nun Unterstützung in Sachen medizinische Betreuung bekommen? Ja, meine Kollegin Sabine Zink, die den Beitrag gemacht hat, hat bei der PVA und bei der ÖGK nachgefragt. Was hat man dir dort mitgeteilt? Ja, seitens der österreichischen Gesundheitskasse schreibt man uns, wir haben gemeinsam mit Herrn Wirtig eine Lösung erarbeitet, die für das Krankheitsbild Demenz von Frau Wirtig und auch für ihn als ihr Betreuer geeignet ist. Wichtig war für Herrn Wirtig eine umfassende Aufklärung über die Therapieformen und Genesungschancen für seine Frau. Regelmäßige Physio- und Ergotherapie mit Langzeitbewilligung ist hier die Therapie, die sowohl Frau Wirtigs körperliche Stabilisierung unterstützt, aber gleichzeitig ihre Demenzerkrankung berücksichtigt. Herr Wirtig hat uns bestätigt, dass dies für sie beide sehr gut funktioniert. Und das hat er auch dir gegenüber bestätigt? Das hat er auch mir gegenüber bestätigt, eigentlich genauso, wie es die ÖGK uns schreibt. Ich habe kurz vor der Sendung noch mit ihm telefoniert und er hat gesagt, die Therapeutinnen und Therapeuten kommen zu Ihnen nach Hause. Das wird von seiner Frau sehr gut angenommen und es ist für sie beide eine ausgezeichnete Lösung. Ja, das ist ein sehr erfreulich, Herr Volksanwalt. Aber wünschen würde man sich natürlich, dass das auch in ähnlichen Fällen passiert und dass ÖGK und Pensionsversicherungsanstalt sich da besser abstimmen. Herr Dr. Krauter hat Wort gehalten, da dürfte wirklich etwas Tolles gelungen sein. Es zeigt aber gleichzeitig, dass eine Therapie, die den Patientinnen und den Angehörigen hilft, auch bei Demenzerkrankungen möglich ist. Das widerspricht dem, was die Pensionsversicherung ursprünglich geschrieben hat, nämlich, dass eine Demenzerkrankung eine Kontraindikation für eine Therapie darstellt. Und ich hoffe, dass auch die Kommunikation mit den Antragstellerinnen noch verbessert wird. Und was man bei dem Fall ja, glaube ich, auch sieht, ist, dass Betroffene sich manchmal eine Therapieform wünschen, wo dann die Sozialversicherungsträger sagen, nein, aber nicht dazu sagen, es gäbe vielleicht eine Alternative oder eine andere, die vielleicht für den Fall sogar besser geeignet wäre. Das ist ja auch, glaube ich, erst passiert, nachdem wir in der Sendung darüber berichtet haben. Ja, der Herr Wirtig wollte ursprünglich eine ambulante Therapie, wäre sogar bereit gewesen, mit seiner Frau in ein Institut oder so zu fahren. Jetzt hat er eine ambulante Therapie bewilligt bekommen für seine Frau und die Therapeutinnen kommen sogar zu ihm ins Haus. Ich finde das ganz toll, was die Krankenkasse da anbieten kann. Nur wie gesagt, also irgendwie sollte die Kommunikation mit Antragstellerinnen und Betroffenen offener funktionieren und sie sollten auf solche Möglichkeiten auch hingewiesen werden. Fein. Dann freuen wir uns, dass der konkrete Fall gelöst ist, dass ähnliche Probleme hoffentlich nicht mehr oder nicht mehr so oft auftauchen und wir haben eine sehr schöne Geschichte auch über eine große, lang anhaltende Liebe gesehen. Herr Volksanwalt, danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne, schönen Abend. Zum nächsten Fall. Zu einem von vielen, die mit falsch abgestellten oder irgendwo herumliegenden Elektrorollern zu tun haben, sogenannten E-Scootern. Die Frau Quareska hat sich an uns gewandt und ich zitiere aus ihrem Schreiben. Es wurde ein Roller von der Firma Bird vor unserem Geschäft so abgelegt, dass durch den Roller die Steuerung kaputt gegangen ist. Das macht einen Gesamtschaden von 3.806 Euro. Die Antwort der Firma ist, der auf ihrem Foto gezeigte E-Scooter wurde zuletzt von einem Fahrer benutzt und aufrecht in einer anderen Straße in der Nähe ihres Geschäfts, etwa 350 Meter entfernt, geparkt. Uns liegen Aufzeichnungen darüber vor, dass jemand, eine unbekannte Partei, den E-Scooter am 18. Januar 2024 gegen 17 Uhr abgeholt und bewegt hat. An diesen unbekannten Täter möge sich die geschädigte Frau Quareska wegen Schadenersatz wenden. Und die fragt sich im Mail an uns aber, ob es keine genauen Vorgaben der Stadt Wien gibt, wie so ein E-Scooter-Geschäft zu betreiben ist, ohne dass die Bevölkerung einen Schaden davon trägt. Zitat, ich denke, wir sind nicht die Ersten mit einem Schaden durch einen E-Scooter und bitte Sie um Hilfe, wie ich hier weiter vorgehen soll, kann. Robert Berger hat die Frau Quareska dann mit einem Kamerateam besucht. Es ist Freitagmorgen, der 19. Jänner, kurz vor Geschäftsbeginn. Wie jeden Tag kommt die Angestellte des Familienunternehmens Quareska, um das Geschäft aufzusperren. Die Firma ist spezialisiert auf alles, was junge Mütter und ihre Babys brauchen. Doch diesmal staunt die Frau nicht schlecht, denn mitten im Eingangsbereich liegt ein E-Scooter. Die erste Schiebetüre, sie bewegt sich keinen Millimeter. Diese Türe ist nicht abgeschlossen, sie öffnet sich durch einen Bewegungssensor. So ist es den jungen Müttern, die ganze Zeit über möglich, hier in diese Box benutzte Milchpumpen einzuwerfen. Die Glastüre dahinter ist selbstverständlich außerhalb der Geschäftszeiten abgesperrt. Das heißt, in der Zeit, wie der Roller da gelegen ist, ist da die Türe permanent auf und zu gegangen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, die muss auf und zu gegangen sein, so hat mir die Firma das gesagt. Und durch diese Überlastung ist die Steuerung ausgefallen und kaputt geworden. Weiß man denn etwa, wie lange der Roller da gelegen ist? Das kann man überhaupt nicht sagen. Es muss aber schon eine Zeit lang gewesen sein, weil wenn das nur ein paar Mal auf und zu geht, wird es bestimmt nicht kaputt. Jetzt ist dieser Roller vor Ihrem Geschäft gelegen. Wissen Sie, wie der da hergekommen ist? Ist der da einfach abgelegt worden? Oder gibt es hier in der Nähe einen Rollerstandplatz, wo man die an und für sich retournieren kann? Ich glaube ja, es gibt, wir haben uns ja erkundigt, es gibt da einige Standplätze in der Umgebung. Das dürfte aber nicht gewesen sein. An dem Tag sind sogar drei andere Roller auch noch da vor unserem Geschäft gestanden, angelehnt. Und auf der anderen Seite ist noch einer gestanden. Also vielleicht war da ein bisschen ein lustiger Gang unterwegs, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall auffallend vieler Roller an diesem Tag. Frau Koreska lässt eine Technikfirma kommen, um den Schaden an der Schiebetüre ihres Geschäfts zu begutachten. Diese stellt fest, die Hauptsteuerung ist kaputt und muss ausgetauscht werden. Etwas mehr als 3.800 Euro wird das kosten. Frau Koreska bringt den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige und nimmt per Mail Kontakt mit der Scooterverleihfirma Bird auf. Man hofft, dass die Versicherung von Bird den Schaden an der Schiebetür übernimmt. Kurze Zeit später erhält Frau Koreska von einer Jenny per Mail eine Antwort darin steht. Es tut uns noch einmal aufrichtig leid, von dem Vorfall zu hören und das Foto zu sehen. Der auf ihrem Foto gezeigte E-Scooter wurde zuletzt am 14. Januar 2024 von einem Fahrer benutzt und aufreicht in einer anderen Straße, in der Nähe ihres Geschäfts etwa 350 Meter entfernt geparkt. Uns liegen Aufzeichnungen darüber vor, dass jemand eine unbekannte Partei den E-Scooter am 18. Januar 2024 gegen 17 Uhr abgeholt und bewegt hat. Diese Person hat den E-Scooter nicht gemietet und keine Aufgabe für Bird ausgeführt. Und daher könne Bird für den Schaden auch keine Haftung übernehmen, heißt es dann weiter. Für mich ist es nur komisch, wenn da vier Roller stehen, also dass die alle herumgetragen werden in der Gegend. Ich habe noch nie wen an Rollertragen gesehen, aber ja, das ist halt, man kann, das ist nur eine Vermutung, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Und deswegen ist die Firma nicht bereit, die Kosten zu übernehmen? Ich glaube, sie ist gar nicht bereit. Also ich glaube, was man auch so hört, das kann ich jetzt natürlich nicht beweisen, aber auch von der Polizei gehört, da passieren Schäden. Es wird alles natürlich strafrechtlich, das war mir eklat und das war auch nicht meine Intention, zurückgelegt, weil gegen irgendjemanden. Aber sie haben gesagt, wer ist dann dafür zuständig? Und dann hat die Polizei gesagt, naja, da haben sie ein Pech. Das ist so. Wir haben leider ganz viele Fälle, wo Schäden entstehen, wo die Leute drauf sitzen bleiben. Selbstverständlich haben wir auch versucht, mit jemandem von Börth ein Interview zu führen. Das war jedoch nicht möglich. Der Firmensitz befindet sich in Deutschland. In Österreich hat das Unternehmen gar keine Niederlassung. Frau Koreska versteht jedenfalls nicht, wie es möglich sein kann, dass die E-Scooter-Verleihfirma Börth, so wie in ihrem Fall, keine Verantwortung für den Schaden übernehmen muss. Man könnte natürlich dort klagen, aber eigentlich bin ich auch niemand, der jetzt klagen will, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich den ganzen Ärger und die ganze Aufregung, und es kostet ja auch was, man weiß ja gar nicht, wie das ausgeht. Mir geht es eigentlich mehr darum, dass vielleicht, erstens einmal, vielleicht ich doch zu meinem Geld komme, vielleicht haben sie ja doch irgendeine Haftpflichtversicherung. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, dass man vielleicht generell in Wien sich etwas überlegt, die Stadt Wien auch, wie man das gut lösen könnte. Vielleicht kann man diese Roller auch fixieren, so wie die Fahrräder, dass sie nicht angeblich herumgetragen werden können. Dass man das ganze Thema ein bisschen optimiert hier in Wien. Weil wenn das so problematisch ist, wie es mir die Polizei gesagt hat, und wie man es auch von überall hört, und es gibt ja viele Fälle, wo dann wer drüber fällt und da und dort, wäre es vielleicht spannend, wenn sich da die Verantwortlichen drüber Gedanken machen, was man da machen kann. Doch derzeit sieht es nicht so aus, dass das passieren wird. Und daher werden uns in Wien Situationen, wie etwa diese, wohl auch noch weiterhin erhalten bleiben. Ja, das war auch schon ein großes Thema bei uns in der Sendung, dass Menschen mit Sehbehinderungen sich beschwert haben drüber, dass E-Roller, der Scooter, woherumliegen und dass man darüber stolpern kann, dass man sich da ordentlich wetten kann. Bei uns im Studio begrüße ich jetzt den Chef der Rechtsabteilung des ÖAMTC. Ja, grüße Sie. Schönen guten Abend, danke fürs Kommen. Und meine Kollegin Sabine Zink mit einer schriftlichen Stellungnahme der Mobilitätsagentur der Stadt Wien, die sie dann auszugsweise vortragen wird. Herr Mag. Hofer, was halten Sie von dieser Argumentation der Verleihfirma, dass die sagt, es war so, dass sich von uns jemand so einen E-Scooter ausgeborgt hat, der ist damit herumgefahren, der hat den ordnungsgemäß abgestellt. Damit ist die Geschichte für uns erledigt. Unbekannte Täter müssen dann den korrekt abgestellten Scooter genommen haben, vor das Geschäft der Familie Quaresca getragen haben, dort hingeworfen haben und den Schaden verursacht haben. Bitte wenden Sie sich doch an diese unbekannten Täter, die sollen den Schadenersatz bezahlen. Wir nicht. Ist die Firma so wirklich aus dem Schneider? Ich fürchte ja. Also es ist von der Rechtslage her natürlich so, dass die Firma Byrd verantwortlich ist für Schäden, die im Rahmen des Betriebes von solchen Gegenständen passieren. Und wenn es außerhalb des Betriebes ist und entsprechend abgesichert wurde, das Gerät, darauf kommt es natürlich an, alle weiteren Schäden, die sozusagen durch Delikt von Dritten verursacht werden, dafür wäre es auch nicht möglich, jetzt nach derzeitiger Rechtslage sich zu versichern. Also das ist einfach eine zusätzliche Gefahrerhöhung, die durch Dritte passiert. So einfach kann man es natürlich jetzt nur von der formalen Seite her sehen. Das ist auch der Status quo. Auf der anderen Seite, wenn jemand davon lebt oder ein Geschäftsmodell hat, dass irgendwelche Gegenstände in den öffentlichen Raum gestellt werden, von denen man auch rechnen kann, dass sie irgendwie Schaden anrichten, dann kann man vielleicht auch mehr verlangen. Wir haben auf jeden Fall Kontakt gehabt mit der Firma Byrd. Und da hat man uns geschrieben, dass man sich in persönlichem Austausch mit dem Herrn Quareska jetzt befindet. Und man schreibt auch erfreulicherweise von einer internen Abstimmung zu einer Kostenübernahme. Gerne hält man uns dann über das Ergebnis der Prüfung der freiwilligen Kostenübernahme in dem Fall auf dem Laufenden. Und das wäre ja eine sehr erfreuliche Kulanzlösung in dem Einzelfall. Aber wir haben ja auch im Beitrag von der Frau Quareska gehört, und das ist ja auch unsere Wahrnehmung, es gibt viele ähnliche Fälle. Müsste man sich vielleicht eine Lösung seitens der Stadt auch dafür überlegen, dass nicht die Geschädigten dann auf den Kosten sitzen bleiben? Zum Beispiel, dass man einfach sagt, man stellt halt diese oder muss diese Scooter so abstellen, dass die eben nicht so leicht zu entnehmen sind. Ja, ich glaube, das Problem ist so gesehen jetzt nicht neu. Die Stadt Wien hat ja schon so ihre Erfahrungen mit Free-Floating-Systemen, die zum Teil auch kostenlos sind. Also da sind ja zum Teil Fahrräder irgendwo dann im Donaukanal oder im Ausland aufgetaucht. Die Problematik ist nicht ganz unähnlich, dass eben Missbrauch damit getrieben wird und auch Schäden verursacht werden. Und meiner Meinung nach wäre es schon auch im Interesse natürlich des Gesamtgemeinwohls, dass man alles versucht, um diese Schäden so weit wie möglich zu vermeiden. Das heißt auch vielleicht von dem Free-Floating-System wieder abzugehen und definierte Plätze zu machen, wo man es nicht nur hinstellen muss, sondern wo man es woanders gar nichts anbringen kann. Und dass man auch, wie es bei den Leihfahrrädern etwa ist, eine Verriegelung vorsieht, dass eben auch Fremde, Nichtbeteiligte, ohne diese Anlage zu zerstören, nicht sich diese Dinge einfach so nehmen können. Gibt es auch eine Haftpflichtversicherungsrechtliche Möglichkeit, dieses Problem zu lösen? Wir sehen hier wohl keinen direkten Haftungsgrund, weil natürlich dem Betreiber deliktisches Verhalten unbeteiligter Dritter nicht in die Schuhe geschoben werden kann. Gut, aber er macht auch ein großes Chef. Aber er könnte, und jetzt sind wir natürlich genau dort, er könnte natürlich auch verpflichtet werden im Rahmen einer Standortvereinbarung, dass er für solche höhere Gewalt oder eben Vandalismus, Störungen, Schäden zumindest eine gewisse Vorkehrung zu treffen hat, damit es etwa hier nicht ein Schaden von über 3.000 Euro entsteht, sondern vielleicht ein moderater Selbstbehalt, dass keine Einladung ist zum Betrug, aber andererseits, dass es auch keine überbordende finanzielle Belastung für die Geschädigten ist. Es könnte auch die Stadt Wien, das wäre vielleicht noch die einfachere Lösung, einen Opferfonds einrichten, der für solche Härtefälle einfach ein bisschen Geld zur Verfügung hat, wo man eben prüft, ist das einfach ein systemimmanenter Schaden, der hier eingetreten ist und haben wir da vielleicht auch sozusagen aus dem Topf der Steuerzahler, die ja vielleicht ein bisschen davon profitieren, dass hier Sicherheit entsteht, eine Vorkehrung getroffen. Gut, also da wäre einerseits der Gesetzgeber gefragt oder dass eben die Stadt oder die Kommune, es gibt ja das auch in anderen Städten, dafür eine Vorsorge trägt, dass Härtefälle zumindest abgemildert werden können. Wir haben auch mit der Mobilitätsagentur der Stadt Wien Kontakt gehabt, weil wir geschrieben haben, dass wir sehr viele Beschwerden bekommen zum Thema Probleme mit E-Scootern. Was hat man uns da geschrieben? Da schreibt man uns unter anderem, das Gehsteigparken wurde verboten, Dienstleistungskonzessionen zum Betrieb von E-Scootern an vier Betreiber neu vergeben. Für ein ordnungsgemäßes Abstellen der Scooter sind die Betreiberfirmen mit ihren Ordnerdiensten zuständig. Das falsche Abstellen der Leih-Scooter wird dabei konsequent gestraft. Von Anfang Juni bis Ende Dezember gab es 35.400 Beanstandungen. Gut, also offenbar hat man schon etwas getan. Hat das Ihrer Wahrnehmung nach auch viel gebracht? Ich kann es schwer einschätzen. Es kommen immer wieder Beschwerden, die aber wahrscheinlich nur einen Teil des Problems darstellen. Und ich glaube, dieser Fall, den wir heute diskutieren, wäre ja von dem Falschabstellen gar nicht berührt, weil ja der bekannte Mieter das Fahrzeug zumindest offenkundig, soweit die Daten das hergeben, richtig abgestellt hat. Und Vandalismus kommt jetzt in dem Schreiben der Stadt Wien nicht vor. Gut, man schreibt dann noch, dass man für jene Fälle, wo man so quasi die Täter ermitteln kann, auch die Strafen erhöht hat? Die Stadt hat einen Gang höher geschaltet, schreibt man uns. Und die Verwaltungsstrafen für die E-Scooter-Fallierer ja mit 1. Dezember von 25 auf 50 Euro erhöht. Die Strafen werden an die Betreiber ausgestellt, die dann Konsequenzen bei ihren Nutzerinnen und Nutzern setzen und sich das Geld von ihnen zurückhören können. Gut, das ist ja an sich eine sinnvolle Regelung. Ja, aber wie gesagt, auch das würde diesen Anlassfall nicht abdecken, weil wie kommt der Vormieter dazu, die Schäden von einem völlig unbeteiligten illegalen Nachmieter abdecken zu müssen? Das wäre ja auch nicht fair. Das heißt, wir bräuchten neue Vorschriften, neue Regelungen, entweder dafür, dass man sagt, die E-Scooter müssen so abgestellt werden, dass sie nicht ganz einfach entnommen werden können, dass das wirklich eine Anlage ist, wo das eben versperrt ist. Versicherungsrechtliche Regelungen, die man vielleicht neu vorschreibt. Es zeigt sich so, wie es jetzt ist, funktioniert es nicht wirklich gut. Und an wen wendet man sich? Wenn man ein konkretes Problem hat, kann man sich auch an den ÖAMTC wenden, der einem da hilft? Selbstverständlich wäre hier also die Rechtsberatung des ÖAMTC geeigneter Ansprechpartner. Es ist sicher auch die Stadt Wien und ich glaube auch die Unternehmer selber haben ja auch ein Interesse, dass Konflikte geregelt werden. Im konkreten Fall war es halt nicht ganz befriedigend, aber sie haben zumindest mit uns korrespondiert. Gut, und wir hoffen, dass das vielleicht im konkreten Fall der Familie Quaresca wirklich so geregelt wird, dass es zu einer Kostenübernahme kommt. Offenbar ist man in Gesprächen. Wir würden uns freuen, wenn wir darüber berichten könnten, dass es da eine Lösung gibt. Herr Mag. Hofer, vielen Dank für Ihre Expertise. Wir bleiben an der Sache dran. Zum nächsten Fall. Da ist es um diese rätselhafte Inschrift unter einem Verkehrszeichen gegangen. Der Herbert Theuer, ein begeisterter Vespa-Fahrer, hat uns dazu geschrieben, ich zitiere, Leider wurde meine Vespa am 20.06.2023 abgeschleppt. Der Grund ist ein Park- und Halteverbot, das mit einer aus meiner Sicht völlig verwirrenden Zusatztafel verhängt wird. Wir haben diesen kleinen Aufsatz unter dem Verkehrsschild dann im Studio mit dem Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit analysiert und Robert Berger weiß jetzt, ob der Herr Patheuer etwas für das vermeintliche Falschparken zahlen musste oder nicht. Am 20. Juni letzten Jahres war Mag. Robert Patheuer mit seiner Vespa in Wien unterwegs. Hier in der Malzgasse in Leopoldstadt wollte er eine Bekannte besuchen. Nach einem kurzen Blick auf dieses Park- und Halteverbot-Schild dachte er, alles sei in Ordnung und er könne sein Motorrad hier von 9 bis 17 Uhr ohne weiteres parken. Umso größer war die Überraschung, als er zurückkommt und die Vespa nicht mehr da war. Ich bin zurückgekommen, habe mich gewundert, warum meine Vespa weg ist, habe dann vermutet, dass es eine Abschleppung sein könnte, weil ich die Tafel noch einmal genauer angeschaut habe, habe dann gesehen, dass in der 9. Zeile dieser Zusatztafel ein Umkehrschluss stattfindet, der für mich jetzt klar ist, aber damals nicht im Geringsten klar war, dass ich da nicht stehen dürfte. Denn das Parkverbotsschild inklusive Zusatztafel ist alles andere als leicht verständlich und bedarf einiger Überlegungen. Grundsätzlich, es fängt einmal an wie jede normale Ausnahmentafel beim Park- und Halteverbot, Ausnahmen Montag bis Freitag, 6 bis 9, 17 bis 21 Uhr und so weiter und so fort für Ladetätigkeit. Ausgenommen Ladetätigkeit mit Lastfahrzeugen. Der Normalverbraucher denkt sich außerhalb der Zeit, lade ich nicht, das heißt, ich kann mich da einfach herstellen. Ganz genau. Und dann geht leider Gottes die Tafel weiter, dann kommt noch der schöne Zusatz, sowie ausgenommen Taxi im verbleibenden Zeitraum. Das heißt, im Grunde darf in der Zeit, wo die Ladetätigkeit erlaubt ist, niemand parken. Genau. Und in der anderen Zeit ebenfalls niemand außer die Taxis. Ganz genau. So ist es zu lesen, weil man halt dann sagt, nicht nur diese 6 bis 9 und 17 bis 21 Uhr, sondern ausgenommen Taxi im verbleibenden Zeitraum. Also als Umkehrschluss sagt man dann, außerhalb dieser Zeiten gilt die Ausnahme nur für den anderen wieder. Und das habe ich natürlich sichtlich missverstanden. Ich gebe es auch offen zu, ich bin wahrscheinlich wieder durchschnittliche Verkehrsteilnehmer, ich schaue mir so eine Zusatztafel an und sage, Montag bis Freitag, 6 bis 9, wenn ich da um 11 Uhr stehe, darf ich da stehen. Die Abschleppung seiner Vespa und das Falschparken kommen Herrn Magister Bartheuer teuer zu stehen. Knapp 300 Euro soll er dafür bezahlen. Doch gegen diese Strafe hat er beim zuständigen Magistrat der MA67 Einspruch erhoben. Ich wurde vorstellig gegen diesen ursprünglichen, gegen den Erstbescheid. Die Juristen haben dann diesen Einspruch von mir abgelehnt, weil sie über mehrere Zeilen mir lang und breit erklärt haben, dass die Tafel völlig klar und verständlich zu lesen ist. Wir machten die Probe aufs Exempel, ob die Tafel wirklich nicht richtig verstanden wird. Wozu sind die Zeiten oben? Achso, was? Ausgegangen, dass sie im verbleibenden Zeitraum. Okay, gut. Jetzt habe ich es geschnallt. Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Ich finde es zu viel Information für ein Verkehrsschild, dass man das erfassen kann mit einem einfachen Blick. Ich habe die Tafel anders verstanden. Also Sie sind abgeschleppt worden? Ja, weil ich da gestanden bin, schon länger her. Und ich habe das so verstanden, dass man von 6 bis 9 nicht stehen darf und von 17 bis 21 Uhr nicht. Und in der Zwischenzeit darf man zwar mit Ladetätigkeit, mit Lastfahrzeugen auch da stehen und Taxis dürfen hier stehen. Dem ist aber nicht so. In der Sendung Bürgeranwalt von 4. November letzten Jahres erklärt Verkehrsjurist Dr. Armin Kaltenegger, warum das Parkverbotsschild so in der Malzgasse eigentlich gar nicht stehen dürfte. Das ist ja eine ganz normale Rechtsfrage, der nähert man sich ganz einfach rechtswissenschaftlich, strukturell. Als erstes schaut man ins Gesetz. Paragraph 54 sagt, Zusatztafeln müssen leicht verständlich sein. Okay, das ist ein bisschen wenig. Damit werden wir es nicht lösen. Dann gibt es Judikaturlinien dazu. Eine Judikaturlinie, die es seit 1986 gibt, sagt, man muss schon in der Annäherung den Sinn erfassen können. Und sie sagt auch, acht Zeilen sind zu viel. Wie viele sind dort? Neun. Was wäre die Folge? Die Folge, wenn es zu viel ist, kann ich es nicht verstehen. Und dann gibt es mehrere Rechtsfolgen. Im Ergebnis, es ist keine Bestrafung möglich. Das ist dann juristisch verschieden begründbar. Aber die Judikaturlinien sind hier sehr klar. Auch Mehrfachdeutungen, Widersprüchlichkeiten, Umkehrschlüsse, doppelte Ausnahmen sind unzulässig. Außerdem sei schon einmal eine Strafe wegen eines solchen Schildes aufgehoben worden, erklärt der Jurist. Es gab einen Fall, da war genau das gleiche Verkehrszeichen bereits beim Verwaltungsgerichtshof. Genau dieses oder ein solches. Das heißt, dieser Wortlaut im Jahr 2005 Straffreiheit für den betretenen Lenker. Und im Jahr 2015 dann noch einmal mit einem ganz ähnlichen, durchaus vergleichbaren, noch einmal dasselbe Ergebnis. Also es gibt hier eine dermaßen klare Vorjudikatur, dass ich Sie hier beruhigen kann. Ihr Akt kommt zum Landesverwaltungsgericht Wien, dort wird er aufgehoben werden. Sie werden keine Strafe erhalten. Der Richter kann nicht anders entscheiden, weil er ist an die Gesetze gebunden. Und das erste, was der Richter macht, ist das, was ich gemacht habe. Er bemüht seine Rechtsdatenbank. Und er wird diese Entscheidungen ganz leicht finden. Ist das verwirrende Verkehrszeichen mittlerweile entfernt und durch ein besser Verständliches ersetzt worden? Und hat das Landesverwaltungsgericht Wien die Strafe von Herrn Mag. Pateuer aufgehoben? Der Herr Dr. Kaltenegger ist wieder zu uns in Studio gekommen. Schönen guten Abend. Grüße Sie. Danke fürs Kommen. Ich nehme es vorweg. Die Sache ist so ausgegangen, wie Sie das prognostiziert haben. Ja, auf unser Rechtssystem ist eigentlich Verlass, muss man auch sagen, am Ende. Das war dann letztendlich der Berufungssenator Stadt Wien, der ihrer Rechtsmeinung gefolgt ist. Es mangelt der Zusatztafel betreffend die Taxizone an der leichten Verständlichkeit, hat man geschrieben. Und wurde dieser letzte Teil, Taxizone, nicht rechtswirksam verordnet. Das heißt, der Herr Pateuer hat nichts bezahlen müssen. Hat nichts bezahlen müssen. Hat sogar eine Stufe früher noch rechts bekommen. Es ist noch schneller gegangen. Innerhalb des Wiener Instanzenzuges wurde es in der höchsten Wiener Instanz, der Stadt Wien, bereits aufgehoben. Also es ging sehr schnell von der Tat bis zur rechtskräftigen Enderledigung waren es nur fünf Monate. Das ist für so einen Fall wenig. Gut, das ist sehr erfreulich. Das ist Ihr Verdienst auch, dass Sie da diese Argumentation gefunden haben. Aber schauen wir uns jetzt vielleicht die neue Zusatztafel an. Das sind, wenn ich richtig zähle, wieder neun Zeilen. Ist das so jetzt in Ordnung oder ist das dasselbe in Grün? Das Verkehrszeichen war ja mit mehreren Rechtswidrigkeiten belastet. Es war einerseits zu lang und andererseits war eine Sinnwidrigkeit drinnen. Schwerer wirkt die Sinnwidrigkeit. Das sagt doch die Judikatur. Die hat man beseitigt. Dass es noch so lang ist, ist, wenn die Sinnwidrigkeit fehlt, wahrscheinlich gerade noch tolerierbar. Also man hat den schlimmsten Fehler rausgenommen und ist jetzt wahrscheinlich in einem Bereich, wo es nicht mehr anfechtbar ist. Aber es ist noch immer ein rätselhafter Aufsatz. Also ich wundere mich, dass man das nicht einfacher formulieren kann. Hätten Sie da Ideen, wie man sowas besser machen würde? Den Vorschlag habe ich ohnehin das letzte Mal gemacht. Es sind ja hier zwei Regeln gleichzeitig. Es ist eine Taxizone und eine Ladezone gewesen. Wenn man nur eins verordnet, wird es leichter und dann macht man halt vielleicht die Taxizone zehn Meter weiter. Also natürlich, man muss Kompromisse eingehen, aber jedenfalls nicht zulasten der Bürger. Sie haben gesagt, bei Ihnen haben sich nach der Sendung auch Menschen gemeldet, die gesagt haben, mir ist dasselbe passiert. Meine erste Frage war immer, haben Sie schon bezahlt? Wurde bejaht. Ich habe gesagt, das ist jetzt eine schlechte Nachricht. Wenn Sie schon bezahlt haben, haben Sie alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Es gibt eigentlich kein geeignetes Rechtsmittel mehr. Das darf die Behörde gar nicht machen. Wenn ein Verfahren abgeschlossen ist, darf die Behörde das nicht ohne Grund wieder aufmachen. Wo steht das eigentlich? Das ist für viele unverständlich. Die sagen, ich bin eigentlich, jetzt weiß man es, zu Unrecht bestraft und abgeschleppt worden. Wieso kriege ich das Geld nicht zurück? Wo steht das, dass man das nicht zurückbezahlen darf? Das Besondere ist, dass man das weiß, weil es eben nirgendwo steht. Es müsste irgendwo stehen, aus welchen Gründen eine Behörde ein Verfahren wieder eröffnen darf. Der Grund gehört nicht dazu. Es gibt ein einziges Rechtsmittel. Man könnte direkt an den Verfassungsgerichtshof gehen. Nur das ist teuer, aufwendig und in der Regel weit überschissen. Es geht meistens um Bagatellbeträge, 70, 80, 100 Euro oder so, die in keinem Aufwand zu den Kosten stehen, die dann wären. Ein normales Rechtsmittel, das leicht begehbar ist, so wie der Herr Pateuer das gemacht hat. Da haben ihm ja die Rechtsmittel eigentlich nichts gekostet. Das gibt es in dem Fall nicht. Und die Behörde darf auch nicht aufmachen, weil sonst würde sie sich wirklich rechtswidrig verhalten. Halten Sie das für bürgerfreundlich? Müsste man da rechtspolitisch was machen? Grundsätzlich ist diese Bestimmung eigentlich ein Schutz für die Bürger. Dass nämlich, wenn einmal eine Rechtssache entschieden ist, das dann aus ist. Es herrscht sozialer Friede, es wird nicht mehr weiter gestritten in der Sache. In den meisten Fällen kommt das eigentlich dem Bürger zugute. Ich glaube, hier wäre es fast wichtiger, dass wenn man das sichere Gefühl hat, man wird geradezu unrecht behandelt, dass man Stopp macht und sagt, ich zahle jetzt einmal nicht und informiere mich. Wahrscheinlich der bessere Zugang. Das heißt, das ist die Erkenntnis aus der Geschichte, das lernen wir daraus. Wenn einem so etwas passiert, sich auf die Hinterfüße stellen. Man braucht nicht die Angst haben, dann immens viel mehr zu zahlen. Vielleicht wird es um einen Deut höher. Es könnte ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10 Prozent. Das wären bei 100 Euro 10 Euro. Aber dem gegenüber steht, ich kann mich rechtfertigen, ich kann mehr Einkommensverhältnisse darlegen und kriege dadurch vielleicht eine niedrigere Strafe. Also eher, wenn man wirklich der Überzeugung ist, auf die Beine stellen. Man kriegt ein faires Verfahren. Das haben wir hier gesehen. Die Verfahren sind bei weitem nicht aussitzlos. Herr Dr. Kaltenegger, vielen Dank für Ihre Expertise. Das hat, glaube ich, in dem Fall wirklich einiges bewirkt. Dankeschön. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen.